Was ist dein Selbstwert? Diese Affirmation kannst du hören, während du wandern gehst, joggen gehst, Hausarbeit machst oder dich sonst irgendwo aufhältst, wo du auch gleichzeitig dir etwas anhören kannst. Du kannst diese Affirmationen sogar hören, während du Auto fährst, solange die Hintergrundmusik nicht einschläfend wirkt. Ja und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Es spielt keine Rolle, was andere Menschen sagen oder tun. Wichtig ist nur, wie ich mich entscheide, darauf zu reagieren und was ich von mir selbst halte. Es ist sicher für mich, mein Interesse zu vertreten. Ich atme tief durch und gestatte mir, mich zu entspannen. Mein ganzer Körper wird ruhiger. Ich werde jetzt in diesem Augenblick genauso geliebt und akzeptiert, wie ich bin. Ich sehe die Welt durch die Augen der Liebe und der Akzeptanz. In meiner Welt ist alles gut. Ich besitze ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl, weil ich das ehre, was ich bin. Ich gebe bereitwillig jedes Verlangen nach Kampf oder Leiden auf. Ich verdiene alles Gute im Leben. Mein Leben wird jeden Tag besser. Ich freue mich darauf, was die nächste Stunde bringt. Jetzt ist die einzige Zeit, in der ich lebe. Ich entscheide mich dafür, sie zu genießen. Ich bin weder zu viel noch zu wenig. Und ich muss mich niemandem beweisen. Heute kann mich kein Mensch, kein Ort und keine Sache irritieren oder ärgern. Ich entscheide mich dafür, heiter und gelassen zu sein. Ich bin mir sicher, dass ich für jedes Problem, das ich erschaffe, auch eine Lösung finden werde. Das Leben unterstützt mich auf jede erdenkliche Weise. Mein Bewusstsein ist mit gesunden, positiven, liebevollen Gedanken angefüllt, die sich in meinen Erfahrungen widerspiegeln. Ich gehe in dem Wissen durchs Leben, dass ich stets in Sicherheit bin und immer vom Göttlichen beschützt und geleitet werde. Ich akzeptiere andere, wie sie sind. Und sie akzeptieren mich. Ich bin wunderbar und ich fühle mich toll. Ich bin dankbar für mein Leben. Ich bin ein strahlendes Wesen und genieße das Leben in vollen Zügen. Ich besitze das Selbstwertgefühl, die Macht und das Selbstvertrauen, um im Leben mühelos voranzukommen. Das größte Geschenk, das ich mir selbst machen kann, ist bedingungslose Liebe. Ich liebe mich genauso, wie ich bin. Ich warte nicht mehr darauf, dass ich perfekt bin, bevor ich anfange, mich selbst zu lieben. Wenn du diese Meditation außerhalb von YouTube hören möchtest, vielleicht weil du es dir offline anhören möchtest, vielleicht auf einem anderen Wiedergabegerät, vielleicht möchtest du aber auch diese Affirmationen in einer längeren Version hören, dann lade ich dich ein, diese Affirmationen in meinem Shop zu erwerben. Und du findest diesen Shop auf meiner Homepage www.anja-maria-stiebe.de Dort ist ein Button zum Shop und du kannst sie dir kaufen und dann anwenden, wie du magst. Tschüss! 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 Vielen Dank.